Aufgepasst TikTok, das ist der beste Elfjährige, den du heute sehen wirst. Guckt euch mal bitte diese Ballbehandlung mit 11 Jahren, diese Tore, diese Schnelligkeit und bitte diesen Kopfball. Man könnte denken, das ist der neue Zlatan Ibrahimovic. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare und checkt das neue YouTube-Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal.